Ja, ich liebe dich und ich liebe mich. Ja, warum tue ich das? Keine Ahnung, aber das ist gar nicht das Thema heute. Ich möchte wieder zurück zu einem der majoren Pillen von Lafteryugas. Lafteryugas. Die Lafteryugas. Ja, ich sehe viele Leute in die Lafteryugas classes. They are becoming very serious when they are breathing in and out. Also ja, Lafteryugas ist ja bekannt eben auch aus dem Pfeiler Atmung zu bestehen. Und diese Atmung, da sehe ich ganz viele Menschen im Lafteryugas, die dann ziemlich ernst wieder werden, wenn die Atemübung da ist. Und ja, es ist gut, Atemübungen ernst zu nehmen und trotzdem dürfen wir es mit einem Lächeln auf dem Gesicht machen. Weil es vielleicht dann ein wenig leichter fällt, sodass du dran bleibst. So, ja, ich really like that people take breathing exercises very serious. But you don't have to show that seriousness so much in your face. You can do breathing exercises with a smile on your face. Really enjoying it, you know, expressing that you enjoy that breath. And yes, of course, breath is the important thing and most important thing in our life. Because without our breath, we are not living. So, it's good to take that serious. Even though you can breathe without any problems. Yeah, it is good to take breathing serious. Yes. Ja, klar. Und ich kann ja verstehen, das ist ja nun mal das allerwichtigste Atmung in unserem Leben. Ohne Atmung kein Leben. Von daher ist es gut, wenn wir es wirklich ernst nehmen. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, ja, einen Atem hast, der sowieso automatisch ein- und ausfließt, ja, dann nimmt man den vielleicht auch nicht so wichtig. Und wir schauen einfach im Lach-Yoga, dass wir das mit einbinden, weil das ja so einen wunderbaren, auch gesundheitlichen Effekt hat. Und wenn du wirklich mal so tiefe Atemzüge genommen hast, kannst du das selber merken. Das ist das Schöne. Ich brauche das nicht zu erzählen, was da für tolle Dinge dranhängen. Und wenn du es einfach ein wenig intensiver machst, dann merkst du für dich die Dinge, die da dranhängen. Und vielleicht bleibst du dann auch eher dran, besonders mit einem kleinen Lächeln auf dem Gesicht. So, yes, when you are doing breathing exercises a little bit longer, then you really know for yourself how important it is and what the power in that is. And so, you are willing to do that breathing exercises. I'm not a great fan of counting while I'm breathing because I want really, really to be at the breath, you know, and not also on some counting, sometimes, well, it could be helpful for some people, counting, but I realized my breath is really variating, has a great variety. Sometimes it's really, I started with that counting thing, you know, and, well, as many, I try to be at the maximum and my body shows me, no, I don't want that now. And maybe it's good to hear on our body. Ja, ich weiß, viele Menschen machen Atemübungen, sie zählen dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und was weiß ich. Und ja, auch ich habe das probiert, ich bin da kein großer Fan von. Ich sage aber natürlich, wenn es dir hilft, dich zu konzentrieren, dabei zu bleiben, ja, warum nicht? Ich habe festgestellt, meine Atmung variiert sehr stark. Und außerdem gehe ich dann vielleicht auch schon mal so in so einen Leistungsgedanken hinein, so noch ein bisschen länger, noch ein bisschen länger, noch ein bisschen länger, noch eine Zahl mehr, noch eine Zahl mehr und merke, das will mein Körper gar nicht. Also ich empfehle wirklich, es, ja, spielerisch zu machen, ohne zählen. Thank you for joining me here, I wish you a wonderful day and hope that you breathe for a long time to go in the future. Ich hoffe, dass du noch ganz lange, lange atmen kannst und damit ja auch leben kannst.